Ich habe keine Ausdauer mehr. Soba! Wo bin ich jetzt am Arsch der Welt, oder? Wo hast du denn nur gespawnt? Direkt neben mir. Ja. Aber ich bin direkt neben mir gespawnt. Ja. Du auch. Genau. Äh, nee, jetzt bin ich vor anders. Wegen dir. Aber weißt du, was der Vorteil ist? Schau mich mal an. Ich war schnell genug und habe mich selbst gelootet. Ja, jetzt hol dir deine Bären mal. Selber. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wo liegen wir denn? Äh, Moment. Äh. Ja, wir liegen verflucht weit weg. Warum werde ich meine Karte nicht mehr angezeigt? Das habe ich doch eigentlich eingestellt. Sekunde. Oh, Fjörnen. War das gar nicht? Äh. Stimmt. Hast du verkackt. Boah! Mit Recht. Ei. Egal. Wir sind uns auch so zurecht. Ey. Keine Biber. Ach nee, ich habe gar kein Inventar mehr. Ist gut jetzt. Hohoho. Ey. Den hatte ich noch gut. Wir schlagen keine. Wir wurden ihn. Ach, macht man nichts. Doch, kannst du. Du tust es aber nicht. Au. Au. Aua. Aber man sieht halt mal gar nichts. Wenn man bewusstlos ist. Wo schleifst du mit mir? Darf ich? Darf ich? Nein, du lässt ihn nur ein Lied in meine Nähe. Wo bist du? Wo bist du? Was tust du? Nein. Du bist du nicht. Ist er noch da? Ich bin nur, wenn es fertig ist. Oh, nicht unter Wasser. Das ist so. Oh, ernsthaft. Geht es jetzt die nächsten 30 Minuten so? Wir hoffen noch mal nicht. So. Ich meine nur Hausbau und so. Wie der auch sieht. Ich bin ein Muskelpaket auf zwei Beinen. Boah. Du wolltest mich auch verfrügeln, ne? Wie ging das auch? Wie geht das nur nach hinten? Alter, was ist mit seinem Fuß? Beim Aufwachen gekackt. Das war ich. Und ihr seid schuld. Du hast doch angefangen und gesagt, wir sollen hier anfangen. War eine Idee. Wegen wem sie wie krepiert? Wer hat sich mit einem Biber angelegt? Hey, wer hat rumgeheult? Ich brauche keinen. Ich brauche keinen. Ich habe gesagt, ich brauche einen Dodo. Du hast gesagt, wir brauchen Fleisch. Und da wir kein Dodo haben, musst du den guten Biber anlegen. Ja, aber doch kam nicht mit einem 20 Tonnen Biber. Wenn sonst nichts anderes da ist. So. Hier ist auch nichts. Keine Bären. Das ist gar nicht. Hier sind wir noch ein Seichen. Das ist grob. Ja, das muss. Außerdem bin ich wegen euch Arschgeigen halbtot. Das regnet sich doch wieder. Ey, nicht wenn du bald am Verhungern bist. Weil du um dein Leben kämpfen musstest. Und das war's. Also ich habe wieder Bären. Hier sind Bären. Da sind Bären. Also der Singleplayer hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. Kommt auf die Karte an, ne? Ja, das ist ja. Nein, ich glaube nicht, dass es an der Karte liegt. Das schlägt sich aber auch an. Da wo du in deinem Testvideo die Base aufbauen willst, da oben auf dem Berg und wir und so richtig. Achso, oben auf dem Berg, was? Die steht aber am Strand. Die steht am Strand. Mein Häuslein steht am Strand. Ja, an der Ecke haben wir es halt bei uns auch immer. Ja, natürlich, weil es eine halbwegs intelligente Ecke ist. Das ist halt auch die einfachste Ecke. Ja, weil da ohne Ende Lachse sind. Da hast du Fressen ohne Ende. Ich würde jetzt mal sagen, wir bauen jetzt wirklich mal was. Nein! Nein! Ja, wir brauchen ja Material dafür, das ist mein Bauwerkzeug. So, das ist halt auch schon. Oh, hier sind Rochen und Nein. Ich würde mich mit dir nicht anlegen. Falkling. Ich habe da zugebracht. Du kannst dich ja mit ihm prügeln. Ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid. Ich habe gerade was gefunden. Ja, das war mal gut. Ich bin wieder der Depp, der ohne Ende Ressourcen sammelt. Und dann drauf geht, weil ihr euch mit irgendwas anlegt. Hier ist ein Baumstab. Hier könnte man rein und sich irgendwie eine Wand drin in den Baum. Das hat sich doch mal so ein Plan an. Oh, ich wollte doch was essen. So. Hat jetzt echt viel gebracht. Oh, hast du Beeren gegessen? Ja. Die bringen voll viel, ne? Ja. Mhm. Ich bin wieder voll, das sind Beeren. Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen was töten ist dann auch, aber halt nicht. Aua, das ist so klar. Habe ich auch nie bestritten. Wenn du Hunger hast, isst Beeren. Bleibt ja auch mal was anderes. Bleibt ja auch nicht. Wird ich jetzt was machen? So. Ähm. Habe ich letztes Mal noch gesagt, wir wollen nicht hier wieder anfangen, als wir das angefangen haben, weil hier nichts ist. Ich dachte aber, es war ein Bug. Ja, aber ich dachte, es war ein Bug. Deswegen, weil wir konnten irgendwie gar mit gar nichts was machen. Deswegen. So. So, ich hab jetzt wieder alles zu verstanden. Ich auch fast. Ich will jetzt aber trotzdem sagen, wie wär's, wenn wir dort oben da hinten, oder? Bei den... Bei den... Bei den... Eigentlich kann die Bäume sagen, das ist innen. Hm, das sind größere Bäume, ne? Oh, das ist wie mit den Steinen, da kannst du auch stundenlang drauf kloppen. Oh. Oh. Du willst doch nur bunte Farben sehen. Irgendwie kann man... Kannst du sie abbauen? Auch nicht. Dann lass die Pilze Pilze sein. Oh, ist der schön. Hm? Da! Nächstes, schau mir die Wasserfälle an. Was hast du getan? Ja, weil hier weiß man nie. Da kann man nie wissen. So. Alter, echt? Ich fang's wieder an zu verrecken. Also bei mir geht's jetzt nicht mehr. Ich konnte es aber mit den Bären echt satt essen auf einmal. Ich kann dir meine geben, wenn du sie brauchst. Warte mal. Was brauchen wir eigentlich? Warte. Ha! Ich weiß, was ich lerne. Und was wir? Oh. Da muss ich ja den ganzen Konstruktionsstamm lernen. Was ist der denn vor? Das Holzfundament. So. Ich hab jetzt erstmal vier Strohfundament gebaut. Problem ist ja, was ich sehe, ist ja, äh, wir sollten zumindest eine Hütte dort bauen, wo auch was geht. Naja, wenigstens meine Hütte als Respawn-Punkt wäre nicht schlecht. Oder als Lager halt. Da hast du recht. Ja, ach nee. Mach Sachen. Dann, ne? Dann, 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 dann. So, mal 150 Bären verknuspert. Aber du bist satt. Haha, nicht mal annähernd. Ähm, wo ist sie denn? Ich will deine Bären nicht. Ja, dann ist ja, dann doch nicht. Dann jammer, aber nicht, dass du Hunger hast. Lieber verreckig. Dann tut das. Ähm, wenn du uns jetzt sagst, wo du bist. Am Wasserfall. An diesen Doppelwasserfällen da hinten? Ja. Okay. Dann macht Sinn, sie hat ja irgendwas in einem Holz da umgesagt, oder irgendeine Pfeile. Ja, das ist der hier. Da. Wo ist der hier? Sitz hat die ich nicht lang? Oder? Ich sehe doch. Ja, nein. Das ist gar nicht. Okay. Ich bin hier bei dem abgekriegten Baum hier. Ich bin hier bei dem abgekriegten Baum hier. Da sind wir auch. Dann sind wir zumal in der Nähe. Kannst du sie schon sehen? Ich sehe dich. Du bist 180 Meter von hier entfernt. 180? Dann sind wir aber noch weit weg von hier. Kommt er näher oder geht er weiter weg? Kommt näher, aber er ist nicht in der Nähe. Ach, da. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ach, der andere abgeknickte Baum. Kann passieren. Das wollte ich ja eigentlich noch Klamotten machen. Die brauchen wir ja auch. Da war was, ne? Wo ich gerade hier so an so Bäumen vorbeikomme. Brauchen wir irgendwas? Hm. Ich brauche nur Fasern. Kriegst du ja auch mal von mir was zum Anziehen. Nochmal. Warte mal. Warte, warte, warte. Faser. Hast du Fasern? Hast du Fasern? Hast du Fasern? Der hat Fasern. Ich muss auch Klamotten. Der will Klamotten. Keiner meldet sich. Interessant. Ey, er erschrickt mich nicht so. Ernsthaft ein Hemd und eine Mütze. Ja, die Hosen muss ich noch machen. Ich habe nicht so viele Fasern. Hauptsache eine Mütze, ne? Da kannst du dir übrigens auf deine Mütze kannst du dir diesen Safari-Hus gehen draufpacken, ne? Ja, aber irgendwie finde ich den nicht so toll. Der Baum ist weg. Ja, du hast ihn umgefällt. Du hast den Baum getötet. Boah, da oben. Da oben wäre auch geil, oder? Du meinst da oben, bei dem ganz da oben, oder? Nein, nein, da. Hier, hier, da so. Eine Etage höher. Ja, das wäre auch geil, aber da brauchen wir glaube ich eh nicht, dass wir da oben sind. Oder? Nö. Ne, ich glaube... Da hinten geht's doch hoch. Stimmt. Oder? Das weiß ich nicht. Ich geh mal gucken. Ich geh mal gucken. Aber verlaufen dich nicht. Das Schöne ist, wenn ich sterbe, ich spawn sowieso in deiner Nähe. Stimmt. Verloren gehen kannst du nicht. Also so nach 180 Bären bin ich endlich wieder satt. Aber du bist satt. Und faszinierenderweise, je satter ich bin, desto weniger kack ich. Das ist... Das ist... Ja, also so rein theoretisch würde ich einen Weg da hoch finden, aber der ist ewig lang. Da gehen wir später hoch. Was ich mich jetzt frage, ist, hier hinten könnte ich so auch hoch gehen, oder? Keine Ahnung. Weil ich dich nicht sehe und dementsprechend nicht weiß, was hier hinten ist. Aber du weißt, wo ich bin. Deswegen kannst du zu mir kommen. Ja, aber auf dem Weg dahin sammle ich... Was können wir nicht? Die Riesenbäume können wir nicht abbauen. Nee, die ganz großen kannst du nicht. Was? So. Wir haben auch Hosen. Wir haben Hosen. Na, wir brauchen. Ich stehe mir auf Frischluftzufuhr, aber gib ruhig her. Äh, nee, hier meinte ich. Da, 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 da. Da kannst du dich auch hochziehen. Ich denke, wirklich. Oh. Ist das jetzt eine Aufforderung, dass ich da mal schauen soll? Äh, nee, da würde ich nie schauen, weil da ist ein Hai. Ich glaube, wir knifeln uns mal. Hm. Ich sehe mal noch keine Hütte. Ja, ich bin dabei. Kannst du ja mitmachen. Warum siehst du keine Hütte? Du stehst ja jetzt daneben. So, kriegst du ja für eine Hose. So, da hast du eine Hose. Hmhm. Was steht denn da bei Besitzer? Und wie die mir gehört. So, was brauchst du? Ich glaube, du wirst Stroh brauchen, oder? Wir machen das jetzt einfach so. wo du sagst, was du brauchst und wir besorgen dir das. Ist das ein Deal? Finde ich aber auch bald in der Blabber geschaut. Ich sammle auch schon mal mit dem Stroh und Holz. Äh! Ich lade einfach alles ab. Das ist das für's gemacht, ne? Okay. Lustig wird's, wenn wir ein Floß haben. Hm, hm. Die Kiste hast du ja gesagt, hast du schon gelernt, ne? Ja. Wenn der Chef vom Holz hat. Warum will er aber auch nicht hin? Ich habe 15 Punkte, aber ich weiß nicht, was ich lernen soll. Warte mal, was kannst du denn alles in der Ode? Oder wenn du so eine Plastik hast? Moment mal kurz. Der Regen ist mich hier... Nein, 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 nein! Fuck. Was denn? Was ist denn jetzt? Lad mich nochmal ein. Oder warte, 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 warte. Ich glaube, der springt von alleine rein. Okay. Ja, ich wollte den Ton leiser machen, weil der Ring so laut war. Menno! Ich guck aber, was du lernen könntest. Ich habe bis jetzt den Wasserschlauch und die Stoffklamotten gelernt. Ja. Ähm. Weil du... Wobei es kommt keine Wolke am Himmel und... Ne? Ja. Äh, die Helga konzentriert sich aufs Bauen. Das heißt... Ähm... Bist du dich dann so um... Ja. Teil mir jetzt am blödsten auf. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Klar, ne? Mhm. Haben wir denn nur so ein Stößel schon? Ne, ich habe Narkosemittel. Oder mach ich mal so ein Stößel? Ja, weil ohne den können wir keine Narkosemittel machen. Nee, echt? Mach Sachen. Ja. Ja, das ist ja krass. Schon, ne? Sie haben es weiß. Die Dornen immer wieder so gut. Man könnte ja fast mal nur, hast du das Spiel schon mal gespielt? Schon, ne? Das ist ein Blut wie der Ankerner. Hast du jetzt eine Kiste gemacht? Ahhhh. Hast du jetzt eine Kiste gemacht? Ja, nicht schlecht. Sag mal, ist deine Figur dunkler geworden? Oder schaut das jetzt nur so aus? Das klingt mir schon dunkler aus. Wie, ihr seht mich? Ja, deine Leiche... Also wenn du aus dem Spiel rausgehst, dann liegst du halt da schlafen nach oben. Wollte ich grad sagen, wie meine Leiche... Jetzt tut sich bei mir gar nichts mehr. Ich hab doch ein Level ab. So, was wollen wir denn? Bei mir tut sich nichts mehr. Nein. Doch. Mann, wie konnte das passieren? Ja. Du kriegst jetzt erstmal... Du brauchst Holz, oder? Ne, ich hab genug. Du hast genug? Ja, weil... Du willst gern abwägen. Du willst es mir. Ich bin zu schwer. Ich starte mal neu wahr. Okay. Da. Na, ich whine kann es mir mortgage. Du willst!